Dr. Jürgen Barthofer, du bist Teamarzt des österreichischen Teams. Wie geht es dem Thomas Morgenstern heute nach seinem schlimmen Sturz vorgestern? Also Gott sei Dank den Umständen entsprechend gut und es wird von Tag zu Tag besser. Die Untersuchungen verlaufen gut und routinemäßig und so können wir auf einen guten Ausgang der ganzen Sache hoffen. Morgen soll nochmal eine offizielle Mitteilung des Krankenhauses kommen, da weißt du Bescheid? Wir werden in der Früh um 8 Uhr nochmal eine Computertomographie machen. Und im Anschluss daran wird es dann eine Pressekonferenz geben, wo wir hoffentlich Entwarnung geben können. Und so wie der momentane Stand der Dinge ist, wird es dann auch so sein. Super, dann drücken wir die Daumen, Jürgen. Herzlichen Dank. Alles Gute. Dankeschön. Danke auch.